Es ist unglaublich, sich vorzustellen, dass Walt das Disney Animation Studio heute vor 100 Jahren gegründet hat. Wenn man nur an all die talentierten Künstler und die wundervollen Figuren denkt, die im Laufe der Jahre Teil des Studios waren. Jupp, wenn diese Wände reden könnten. Psst, Pink! Pinkerbell! Bist du da? Ist es soweit? Sind alle weg? Oh, Junge! Komm schon, Mini! Es ist soweit! Rufen wir alle zusammen! Juhu! Das ist das Signal! Also los, Freunde! Zeit für das Foto! Wann? Heute Abend? Nein, jetzt gleich! Das 100 Jahre Gruppenbild und die Sonne geht schon unter! Na los, hoppen wir es an! Oh, ein Häschen-Bordspiel. Das muss man ja nöten. Ja! Ja! Zeit für das Foto, Leute! Okay, wir kommen! Wach auf! Wach auf! Fall der Knaller! Oh, Peter! Kannst du alle nach oben bringen? Ei, ei, Captain! Alle mal mitkommen! Es geht los! Es ist Maui-Zeit! Wir sehen uns in der Lobby! Okay! Okay! Dann bis gleich! Wasser! Nein, nein, nein! Wir haben keine Zeit für Tee! Merlin, kannst du helfen? Cylinderus Aquarius. Oh, Herr Ober, da ist ein Karpfen in meinem Hut. Ach, herrje. Denkst du, dass auch alle Schurken hier auftauchen werden? Nicht alle. Nach unten haltet den Fahrstuhl auf. Und willst du mehr, dann schaff ich den. Hey, Frosty, leg mal ein Zahn zu, ja? Es liegt nicht am Zahn, sondern am Handgelenk. So einen Fall gab es nicht mehr seitdem von Rom. Oh, viel besser. Jeder wird hier gern wie du sein, Gaston. Jetzt aber mal los, meine Herren. Oh, oh, helft mir bitte. Aha, ein Treffen in der Lobby. Nein, die nicht essen. Na, kommt ihr Welpen, ihr bekommt sonst noch Albträume. Oh, der Lally. Danke, dass du den Fahrstuhl auf gehalten hast. Ich muss auch in die Lobby. Oh, nein, 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 nein. Hey, Max, Erik, ruhig an. Los, Max, lauf. Hör auf mich. K, hör sofort damit auf, K. Keine Sorge, Mickey, ich kümmere mich darum. Ich muss los. Aber danke. Die Show geht weiter. Die Luft ist rein, Meg. Sehr gut. Alle hier entlang. Oh, Rolf, alles okay? Ging mir nie besser, Garfi. Ich bin von Idioten umgeben. Ich zeige euch die Welt. Oh, super, die Leiter. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich meinen Großvater schon mal erwähnt habe. Ich will es rosa. Ich will es blau. Alle mal herhören. Stellt euch jetzt zusammen auf. Oh, nach dir. Nicht anfassen. Die Zeit ist gekommen. Ja, danke. Goofy, vorsichtig. Dumm, 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 dumm. Also vorstellt mir den Selbstauslöser ein. Oh, oh, drei, zwei, eins. Ja, ha, ha, ha. Na, das hat ja Spaß gemacht. Vielleicht können wir es in 100 Jahren noch einmal versuchen. Oh, nein, 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 komm zurück. Das wird schon, das muss nur. Wünsch dir was, dann werden deine Träume Ich wusste, dass das passieren wird. Wenn du einmal einsam bist Und die Liebe dich vergisst Denk, dass tausend Wuh, 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 den Jahr Mühler Führer Ja Schau genau Am Himmel steht ein Blühen Bald kommt der Augenblick Da wird es schöner, wenn ein Stern vom Himmel fällt In das Dunkel dieser Welt Wünsch dir was, dann werden deine Träume Wünsch dir was, dann werden deine Träume Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020